Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Punch Club. Ja, also ich habe Mühe weitergemacht gehabt. Bin nach Hause, habe gegessen, bin wieder zurück und habe nochmal gefightet. Bis 50%. Deswegen haben wir hier auch jetzt wieder 10 Talentpunkte mehr. Haben aber leider immer noch keinen Teil bekommen. Ich glaube auch, das können wir locker bis zum Ende kämpfen. Das einzige Hauptproblem, was wir haben werden, ist unsere Gesundheit. Aber da können wir natürlich nachholfen, indem wir hier einfach essen. So, 90. So. Dann können wir nämlich von hier zu dem Bus zu Apu fahren. Laden wieder ein bisschen Nahrung ein. Und fahren dann mit dem Bus zu Don Bay. Weil wir verlieren null Zeit. So, und jetzt können wir nämlich hier mal versuchen durchzuziehen. Und schauen mal, ob wir es schaffen, wenn wir komplett durchziehen. Also, ob wir alle drei, alle sechs Roboter besiegen, dann müsste man 100% Drop-Chance haben. Der andere Faktor ist rein technisch gesehen, könnten wir natürlich hier auch mal eine, einfach mal, oder ich mach das nebenbei, durchziehen und richtig, richtig, richtig Punkte farben. Und das nur an dem einen Tag. Weil, wir haben hier nur eine Drop-Chance von 50%. Ah, und wenn die Teile, und wenn wir da natürlich jetzt immer nur 50 nehmen, ist die Wahrscheinlichkeit zwar da, aber wir kriegen halt Punkte. Und können eventuell noch den ein oder anderen Skill-Punkte an, nämlich machen, weil 15 ist ja schön. Ich weiß auch nicht, wie viele Teile wir genau brauchen. Aber eigentlich ist das eine geniale Idee. Hm. So. Oh, das sieht auf jeden Fall nicht so schlecht aus. Überleg, ob wir einmal durchziehen komplett jetzt und dann mal gucken. Aber ich glaube, ja. Wir ziehen einmal komplett durch. Wir müssen halt jedes Mal wieder essen. Aber wir haben halt genug Kohle. Das ist halt das Geniale daran. Wir haben so viel Geld. Haben wir jetzt hier einen T-799? Ja, manchmal schon sehr, sehr lustig. So. Den haben wir mal besiegt. Wer kommt jetzt? Schon wieder? Wir hatten doch gerade schon wieder. Ach so, jetzt haben wir einen B. Okay. Wer hat natürlich mehr Life? Und Weit. Besonders, wir könnten rein technisch gesehen, glaube ich, heute nochmal ganz normal kämpfen. Gegen Halk. Also gegen diesen Pro-Kalben. Halk-Kalben. Könnten wir auch kämpfen. So. Jetzt kriegen wir natürlich. Preis nehmen. Und das erste Teil. Großartig. Der untere Teil der Rüstung gehört jetzt uns. Okay. Wir haben 15 Punkte gemacht. Das bedeutet, theoretisch haben wir wieder ein Talent, was wir machen könnten. Ja, den Modifikator brauchen wir eigentlich, ne? So. Jetzt gucken wir nochmal. Warte mal. Wir hatten ja hier auch irgendwas gesagt. Wir wollten eigentlich auch auf freihändig gehen. Weil hier können wir Trittverweigerer machen. Das ist eigentlich auch gut. Bedeutet, alle Beine verursachen 30% weniger Schaden. Sprich, wenn wir jemanden haben, der mit Beinen angreift, wäre das gut. Hier sind es mit Armen. 1, 2, 3, 4. 4. 5. Das bedeutet, wir brauchen noch 100 Punkte. Ui. Das ist jetzt die Frage. Also erstmal müssen wir jetzt essen. Bedeutet, wir fahren mit dem Bus nach Hause. Wir vergeuden halt null Zeit. Busfahren ist nice. So. Ich würde sogar fast sagen, wir... Wir machen... Wir können nämlich hier kämpfen. Wir können auch gegen Halk kämpfen. Wir machen jetzt folgendes. Wir trainieren jetzt erstmal. Und zwar... Ich. Und dann gehen wir da nochmal ran. 10 ist das, was ich haben möchte. 10 ist das, was ich haben möchte schon mal. Werden wir wahrscheinlich nicht halten können heute. Dann gehen wir hier nochmal ran. So, und jetzt... Ich überlege, ob wir wirklich gegen den Hogan schon antreten. Oder ob wir noch warten. Weil ich glaube, die Stats von dem waren ziemlich, ziemlich gut. Aber erstmal holen wir uns hier nochmal Punkte. Was kriegen wir nochmal? 10 oder kriegen wir auch 15 Punkte hier pro Fight? Das... Da bin ich mir nämlich gerade komplett unsicher. Okay, sehr schön. Next Fight. Aber ich habe das Gefühl, umso... Dadurch, obwohl das jetzt höher ist, verlieren wir trotzdem bei den ersten Kämpfen mehr. Immer. Ich weiß nicht, ob es... Woran das liegt, aber es ist einfach meiner Meinung nach so. Sehr gut. Du hast... Er hat nur einen davon. Hat aber zwei davon. Plus... den Block. Gegenart von uns her. Hm. Okay. Also da freue ich mich gerade. Wie soll ich den Film zu Ende drehen, wenn ich es nicht mal schaffe, die alle umzuhauen hier. Weil selbst mit 200 keine Chance. Ja, sehr schön. 15 nehmen wir. Dann haben wir nämlich schon wieder 15 Punkte gemacht. So, dann können wir jetzt erst mal wieder essen. Damit wir wieder voll sind. Energie. Können wir auch uns ein bisschen... hier in Energy reinpfeifen. Ja gut, dann gibt es jetzt Pizza. Wasser. So. Alles voll. Ja, ich weiß, dass wir was machen könnten, aber das bringt mir gerade gar nichts. Hm. Ich glaube, wenn wir Champion sind, können wir auf die Insel. Gleich. Zehn höher, fünf drunter. Also insgesamt gesehen sollten wir meiner Meinung nach besser sein. Ja, komm. Fight. Was soll's. Wenn wir verlieren, verlieren wir. Ei, 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 ei. Also, gerade meine Energie ist problematisch. Und zwar so richtig problematisch. Puh. Da haben wir ja minus 100. Da haben wir ja mal re... Also, nicht richtig, aber doch, wir haben ganz schön was abbekommen. Da stellt sich jetzt die Frage... Ja, ja. Was der nächste bessere Schritt wäre. Äh, ja. Wir fighten nochmal. Das sind schon wieder die gleichen, oder? Also, es gibt jetzt keinen besseren. Okay. Dann ziehen wir einmal wieder durch, ne? Obwohl wir hier, wie gesagt, wir kriegen hier richtig... Dafür, dass wir nicht tagelang warten müssen, können wir hier eigentlich richtig farmen. Meiner Meinung nach. Aber gut. Wir wollen ja so schnell wie möglich auf die Insel eigentlich. Deswegen überlege ich gerade, wie wir es am besten machen. Also, erst mal klar das. Dann machen wir ja Punkte. Das ist schon mal gut. Sehr gut. Weil wir könnten auch nur bis 20, dann jetzt die Wahrscheinlichkeit 1 zu 5, dass wir ein Teil bekommen. Kriegen aber 5 Punkte. Würde, glaube ich, zeittechnisch viel zu lange dauern. Auch wenn wir nicht so oft essen müssen, dann. Besonders, was ich mir an Essen jetzt reinknüppel, ne? Überlegt euch das mal. Nur, um die HP wieder aufzufüllen. Ihr müsst eigentlich hier schon mit so einer Kugel vorne rumlaufen und den nur mit dem Bauch links und rechts schwenken oder hoch und runter K.O. hauen. Natürlich gehen wir und machen wir hier weiter. Hau ihn, schlag ihn. Sehr schön. Ich glaube, gegen diesen Hulk ist es auch eine Sache von ja, wie sagt man nicht Glück? Ja, doch ein bisschen Glück. Klar. Je nachdem, wie hier wie er vorbeischlagen kostet mich halt sehr viel Energie. Deswegen ist hier natürlich die Frage, ob man hier nicht hier oder hierfür etwas anderes einplant. das nächste Teil ist ziemlich schwer. Jetzt haben wir die Brust und Arme. Bedeutet, uns fehlt rein technisch gesehen hätte ich gesagt noch einer. Was machst du? Aha. das. Ja, die beiden hören sich natürlich auch gut an und ich weiß halt nicht, ob wenn wir Tiger haben, ob er dann nur die nimmt, weil dann wäre es ja die drei, ne? Angriffe, Angriff, jeder Ausgewicht der Angriffe des Schadens auf den Gegner zurück, wenn aktiv. Auch gut. Ja gut, wir warten noch, wir warten noch, wir warten noch. So. Wir müssen wieder Happa, Happa machen. Ich weiß nicht, ob wir genug zu Hause haben. Weil das Essen war der Koch. Ne, danke. Aber wir haben noch Pizza. Warum sehe ich das jetzt gerade nicht? 40, 6 Stück. So, Apu. Du fragst dich auch gerade, ne, was ich hier mache, die ganze Zeit. Ah, gib halt eine Party gerade. Party time. Oh. Und nochmal. Ich will die Rüstung zusammen haben. Eigentlich fehlt dir jetzt nur noch der Kopf, ne? Ja. Jep. Komm. Sehr schön. Ah, dass man die Fights, also, es ist ja schön, dass man die Fights sich angucken kann und dass man sie verschnellern kann, dass man sie aber vielleicht sozusagen überspringen kann und sagen kann, wie schaut's aus? Also, umso länger das Spiel dauert, insgesamt gesehen, umso, ja, eintünender ist es, ne? Dann sind ja nur die interessanten Sachen geil. Und dass es jetzt, so langsam wird's halt, so viel Spaß, wie das Spiel macht, ist das so hier jetzt, ah, komm. Deswegen eine Stufe 8 wäre noch geiler, so bababababab, bababababab. Aber okay. Es ist physisch. Noch drei Kämpfe. Und wir haben hoffentlich den Kopf. Nicht, dass wir dann noch ein Chip oder so brauchen. Wir müssen irgendwas wegen unserer Energie machen. Also, das ist, das ist halt wichtig, ne? sagt, äh, müssen wir halt noch mal gucken. Ein schwacher, schwacher Treffer, der hat ziemlichen Schaden verursacht und zugleich Ausdauer und Geschick deines Gegners verletzt. Hm. Energie, ja, kostet weniger Energie, ist aber sehr geschickabhängig. finde ich mega wichtig. Schlagmodell, dein Gegnerblock weniger effektiv, wenn aktiv. Den werde ich wahrscheinlich rausnehmen. Verursacht eine Menge Schaden und senkt die Blockchance deines Gegners. Deswegen werde ich wahrscheinlich den dann rausnehmen und dann mal gucken. Aua. Hallo? Hau ihn um. Nicht verlieren. Nein. Nicht verlieren. Wow, das war knapp. Das war wirklich knapp. Huiuiui. So. Ein Helm, den brauchen wir auch. Um die Rüstung betriebsbereit zu machen, brauchen wir einen Aluminiumkasten, Isolierband und eine Energiequelle. Ich habe den Kasten und das Isoband, aber die Energiequelle könnte ein Problem darstellen. Don hat bestimmt einer. Ah, klingt einfach. Don eine Energiequelle klauen. Er ist ja auch gar nicht bedrohlich oder so. Okay. Wo müssen wir denn jetzt hin? Müssen wir hier wieder zu... Also erstmal müssen wir natürlich essen, weil wir kein Life haben. Papadapadapa. Nein, das war Limo. Egal, dann wird jetzt die Limo verbraucht. Ach, die gibt gar nichts. Gibt denn die Limo wieder? Egal, ich glaube, ich habe einmal zu viel. Ah, puh, ein Wunderschön. die gibt Essen und... Okay. Essen und ich habe euch alle ganz doll lieb wieder. Ich bin wegen einer Energiequelle hier. Ich habe von dir gehört, dunkle Faust. Versuch doch, mich zu besiegen. Alles klar, auf geht's. Okay. Jetzt kämpfen wir gegen The Donnebonne. Okay, was ist das? Hallo? Gib dir die Chance, einen feindlichen Treffer zu blockieren und den erlittenen Schaden drassig zu senken. Wenn der Angriff deines Gegners erfolgreich geblockt wird, erhöht sich die vorübergehende Stärke. Trifft noch stärker, verbraucht mehr Energie, schwächt Ausdauer dezielt. Okay. Problem ist wirklich meine Energie. Also so schön wie das jetzt hier aussieht, meine Energie ist das Hauptproblem. Komm schon. Energiegewinnung. Energiegewinnung. Uh. Ähm. Okay. The Donne is the Donald. Hier ist die Energiequelle. Großartig. Jetzt ist deine Rüstung fertig. Es liegt jetzt an dir, dunkle Faust. Jetzt bist du vollständig gerüstet. Du siehst zäh aus. Okay. Ja, das ist uns auch noch bewusst. Dann müssen wir trotzdem jetzt wieder etwas essen gehen. So, haben wir den Anzug jetzt an, wenn wir da hinfahren? Mit dem Bus natürlich. Oh, ja. Oh, jetzt, jetzt. Schauen wir mal, wir haben zwei Gegner. Oh, der hat gute Energie wieder hergestellt. Aber wollten wir eigentlich gewinnen. Sehr schön. Jetzt kommt der nächste. Okay, auch ein Geschicklichkeitskämpfer, aber sehr wenig live. Win-win. Sehr gut. Oh, Bluffy. Ich hasse diesen Namen. Echt jetzt? Ja, ja, du hast es endlich erfahren. Ich bin und um endlich beschämt von jemandem wie dir besiegt zu werden. Aber du bist tot. du bist nur eine Katze. Wie kannst du? Herzlichen Glückwunsch, du hast recht. Ich bin eine Katze, aber dank dieser verdammten Blablabla Katze war Mike gewohnt. Was? Wie man sieht, hat sie nicht verändert. Achso, ich habe verdammte Badalje verloren. Ich wusste, dass du eines Tages wiederbinden würdest, aber ohne meinen Schatz könnte ich nicht leben. Also, in der Zwischenzeit wuchs eine innere Erschwannung in die Boah. Ich saa... Moan! Ist dir klar, so fördert hast, also musste ich erst und stehe nach und nach schütte ich mein böses Imperium und mich auf die Rache. Rache wurde zu meinem ultimativen Ziel. Die trieb mich die Medaille eurer ganzen blöden und Ich Ich kann so schnell nicht lesen. Sorry, Leute. Müsst auf Pause drücken. Das geht einfach gerade nicht. Miau. Er hat mit Abnäherklar Katze fällt. Haha, Miau. Und jetzt ist der Plan vollendet. Du kannst mich nicht mehr aufhalten. Miau. Böser Fluffy. Wer ist das Kätzchen? Ich werde dich nie wieder unter Grund Basis haben. Geil. Nun ist es wohl Zeit, dass die dunkle Faust seine Maske und seine Shorts an den Haken hängt. Aber wenn diese Stadt jemals wieder einen Helden braucht, bin ich zur Stelle. Jetzt kann ich mich endlich darauf konzentrieren, den Mörder meines Vaters zu finden. Und denk dran, Fluffy. Noch ein Verbrechen und schnipp schnapp Katzen Stratz Was? Schno Miau. Das ist besser. Parabes Kätzchen. Okay. Miezi Katzi ist gerecht die Bechti. Perfekt. So, dann sind wir ja hier durch. Aber wir haben hier noch aus den Don getroffen. Es ist okay. ein Schädeltrohn. Erreiche die rote Zone. Wow, das macht mir Angst. Das können wir gar nicht mehr, ne? Oh, das können wir gar nicht mehr. Das hätten wir alles vorher schon machen müssen. Interessant. So. Gegen Hulk können wir nicht mehr kämpfen. Jetzt haben wir wieder zwei Tage, die wir doof warten müssen. Und ich überlege immer noch, was wir hoch machen. Also gehen, wir haben ja den Tiger. Eigentlich müssen wir wirklich hier in Richtung Tiger weiter gehen. Wir gehen jetzt hier rein. Das finde ich gut. Aber wir wollen eigentlich die beiden hier haben. Okay, dann gehen wir erstmal da. Und Gegenreaktion. Achso, das ist dann ersetzt. Ersetzt den Ah, das wird, das hier wird Ah, verstehe, verstehe, verstehe. Eigentlich ziemlich nice, ja. Okay, wir gehen trainieren. Was brauchen wir? Stärke 10. Geschickt? Natürlich. Müssen wir oben behalten, deswegen gehen wir erstmal nochmal an Detail ran. Haben wir gehalten, haben wir sehr gut Plus gemacht. Das freut mich. Für mich ist jetzt wirklich das hier wichtig zu halten und dich auf 10 zu bekommen. Haben wir hier noch? Ja, ein bisschen haben wir noch, sehr gut. Machen wir jetzt auch erstmal zu Ende. Also dich halten, 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 halten. Und bevor wir gegen Hogan kämpfen, schmeißen wir uns noch irgendwas ein. Überleg ob wir uns geschickt einschmeißen. Das könnte nämlich richtig nice sein. Sich noch geschickt, dann hätten wir 22. Also das wäre zumindest eine Option. Das müsste eventuell reicht das. Ich hoffe es, weil das muss reichen. Ich muss hier immer ein Plus also Plus Minus Null machen. Da haben wir sogar richtig Plus gemacht. Das ist gut. Und wir können heute wieder fighten. Das bedeutet, wir machen hier noch ein bisschen hoch. Dann machen wir Kraft auf jeden Fall noch mal hoch. Dann gehen wir direkt hier ran. Das wäre bis zu dem Strich natürlich gut. Problem gegen Hogan war wirklich unsere Energie. Grundsätzlich meiner Meinung nach machbar, aber die Energie war halt das Haupt Problem. Ja, und wir machen Kraft Multiplikator. Uns fehlt hier wirklich Multiplikator. So wie jetzt hier bei Geschick fehlt uns wirklich ein Kraft Multiplikator. Da bin ich fest von überzeugt. Wenn wir den noch hätten, aber das haben wir jetzt erst mal verworfen. Wir essen nur einmal. Wir haben ja wieso gleich unseren Fight. Bis das zu Ende ist, trainieren wir noch. Ich überlege gerade, bis wohin wir dich boosten, damit wir das ordentlich ausbalancieren können. Also dich würde ich auf jeden Fall bis hierhin boosten wollen. Da wo wir jetzt sind. Halt! Oh! Oh! Pass! Den Fight verpasst! So, das bedeutet, wir fighten als erstes gegen euch. Ja, normalerweise macht er uns nur den Schaden bevor wir auf 13 Gesundheit waren. Jetzt aber eindeutig mehr. Achso, und wir wollten dich mal austauschen. Ich wollte mal schauen. Fortfahren. Verteidige uns alle Beinangriffe weniger Schaden. Du machst 1, 2, 3 Beinangriffe. Na dann, zeig mal. Hm. Gut, wenn er nicht trifft, bringt das auch nicht viel. Okay. Fortfahren. Hier können wir den zum Beispiel raus nehmen und können jetzt dich mal rein nehmen. Oh, das sieht gut aus. Sehr schön. Okay. Fortfahren. Jetzt ging ihn. Ah, jetzt haben wir nicht geguckt, weil er macht dritte Mist. Na gut, aber war gar nicht so schlecht. Hau er er macht er macht nur einen tritt. Deswegen, da lohnt sich das dieser Multiplikator gar nicht. Okay. Ich würde ja mal sagen, wir riskieren es. Was hast du? Du hast keine Beintritte? Okay. versichern wir den Endkiraten. Also, sieht gut aus. Sieht sogar sehr gut aus. Warum auf einmal? Bing, 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 bing. Film zu Ende gedreht. Perfekt. Ich würde sagen, wir machen auch damit dann für heute Feierabend. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage Tschödele. Tschödele.